Hey Chris, du hast ihn mit den Händen gefangen, ey. Ist ja unglaublich, ey. Also unglaublich. Du brauchst ja gar keinen Angel mehr, Chris, wie du das machst. Was für ein Neutrennigungswege, ich weiß gar nicht drauf, der Fisch ist. Guck mal. Okay, super. Vielen Dank für die Vorstellung, Chris.